Ja, die waren ja zu Recht sauer. Ich denke, alle haben sich auf das Spiel gefreut. Wir als Mannschaft haben uns auch sehr auf die Fan-Rückkehr gefreut. Dann haben wir, glaube ich, auch gemeinsam in den ersten 20 Minuten eine gute Energie auf den Platz gebracht. Und am Ende haben wir das Spiel 4-1 verloren. Dementsprechend wollen wir das natürlich am Samstag anders machen. Das Stadion wird wieder voll sein. Wir haben die Chance, den Fans einen anderen Nachmittag zu bereiten. Und der Gegner steckt, würde ich jetzt sagen, nur noch bedingt im Abstiegskampf. Ich glaube schon, dass Wolfsburg sich mit dem Sieg zu Hause jetzt dort auch grundsätzlich unten gelöst hat. Erling kann noch nicht schmerzfrei sein. Weil nochmal, ich erinnere gerne, also ich habe ein Foto geschickt gekriegt, der Fuß stand 90 Grad zum Bein. Also es bedeutet, dass dort sicher irgendwas kaputt gegangen sein wird. Er hat jetzt die Woche mittrainiert, er beißt auf die Zähne, nimmt dann möglicherweise auch vor dem Spielen ein Tablettchen. Und dann sollte das auch funktionieren. Wäre in unserer Situation mit den Ausfällen grundsätzlich ist Erling ein wichtiger Spieler für uns. Aber dann natürlich auch nochmal wichtiger.